So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Ich habe jetzt den ganzen Tag gewartet, dass nach der Ankündigung des Sea Days und der Ankündigung der zwei Paldea Events vielleicht trotzdem diese Infografik veröffentlicht wird, direkt nur für den September, dass ihr wisst, welche Raid-Stunden, welche Spotlight-Stunden, welche Raid-Bosse, Mega-Raid-Bosse, alles mögliche im September direkt erscheinen, was wir eigentlich jeden Monat euch zeigen und rausbringen. Deswegen ist zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht da. Man kann das alles aus dem Season-Kalender sich einzeln raussuchen, aber das finde ich total unübersichtlich. Ich würde das für den September direkt trotzdem dann machen, wenn diese September-Grafik da ist. Ich würde auch nochmal ein extra Video machen zu diesem Paldea-Event, was kommt, aber da das ja eh erst nächste Woche beginnt, genauso wie der Hyper-Bonus-Paldea, der erst sogar noch später beginnt, werde ich dazu noch zwei extra Videos machen. GBL werde ich euch unten verlinken unter dieses Video und wir werden mal einen kleinen Überblick auf die Season trotzdem machen. Das Allgemeine, was wir jetzt schon so raussehen können, was nicht zu Events gehört, die eine Woche laufen, sondern was uns jetzt die nächsten drei Monate erwartet. Auch zum Beispiel das legendäre Krypto-Pokémon, was in die Raids kommt, denn in der ganzen letzten Season war ja Krypto-Arctos am Start und hat die Leute genervt. Die dachten, das geht einen Monat lang und dann kommt der nächste Vogel. Nein, Krypto-Arctos hat uns komplett drei Monate begleitet. Die nächste Season heißt also Adventures Abound. Und ihr seht schon die drei Paldea-Starter hier. Das ist auf jeden Fall mega bunt, sieht trotzdem irgendwie mega genial aus. Ich finde, diese Grafiken machen immer was her. Diese in dem Comic-Look hat mir letztens auch mega gut gefallen. Jetzt die Paldea-Starter, freue ich mich eigentlich drauf. Ich habe ja, als ich das Game gezockt habe, Krokel genommen als Starter. Jetzt wäre das natürlich auch mein Favorit von den dreien hier. Willkommen bei Pokémon GO, reichlich Abenteuer. Vom 1. September bis zum 1. Dezember, 10 Uhr, so lange läuft die ganze Season. Und es wird natürlich auch wieder einen Season-Bonus geben, der jetzt drei Monate aktiv ist. Der momentane Season-Bonus sind ja diese zwei Spezial-Trades, die wir pro Tag haben. Gab ja auch schon, dass man zwei gratis Raid-Passe pro Tag haben konnte, die ganzen drei Monate lang. Was uns dieses Season erwartet, erfahrt ihr in diesem Video, weil das kann ich ja nicht zu einem Event-Video mit reinbringen, weil das ja nicht an ein Event geknüpft ist, sondern zu der kompletten Season gehört. Wenn ich dieses Bild sehe, sehe ich nicht nur neue Pokémon, ich sehe auch diesen lustigen Hund hier aus der Paldea-Region, der mir natürlich noch... Warte mal, der ist gar nicht aus Paldea. Ist der nicht aus Hisui oder was? Jetzt reicht's. Die haben mich schon wieder veräppelt. Auf jeden Fall ist noch der Hund hier am Start. Und jetzt bin ich komplett verwirrt, weil... Das ist doch... Und der fehlt mir auf jeden Fall in 100%. Und wir rennen dann, glaube ich, wild rum. Den gab's bisher nur in Eiern oder so. Jetzt sind wir mal gespannt. Aber das sehen wir dann, wenn wir uns die Events irgendwann angucken. Das erwartet euch in dieser Jahreszeit. Hier ist so ein Reiter, da kannst du über die ganzen Sachen drüber rutschen. Diverse Events, die angekündigt wurden. Aber die Events möchte ich ja auch noch extra Videos dazu machen. Hier seht ihr, was ich gemeint habe. Neue Krypto-Pokémon. Dass eben die ganze Jahreszeit über nicht nur diverse andere Krypto-Pokémon in Raids erscheinen, sondern auch Krypto-Zapdos immer an den Wochenenden erscheinen. Also samstags und sonntags. Was dann sicherlich auch shiny sein wird. Und ihr die Möglichkeit habt, euch so ein recht gutes Zapdos zu sichern, wo ihr vielleicht ein Hunderter erlösen könnt oder so. Lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen. Ich werde auch ein paar Raids machen, zumindest bis ich ein Shiny-Krypto-Zapdos habe. Denn ich habe ein normales Hunderter, das ist auch auf 50. Da hätte ich keinen Bedarf. Aber bei einem Krypto-Shiny-Das muss in die Sammlung. Dann steht was zu Routen. Wie immer könnt ihr natürlich hier mit euren Freunden Routen erstellen, ablaufen hin und her. Manche werden sogar gebannt, wenn sie Routen jetzt ablaufen, weil es da einen Exploit gab oder was weiß ich. Wurde wieder ein Bug gefunden, ausgenutzt. Selbst wenn du das unabsichtlich ausnutzt, hätte es sein können, dass du einen Bug bekommst. Keine Ahnung. Also lass die Finger von den Routen. Die meisten beschweren sich ja, dass sie immer noch keine Routen erstellen können. Ich glaube, dass die Grenze ist mittlerweile bei Level 42 angekommen, beziehungsweise runtergesetzt auf die 42. Weil es vorher bei 48 war, dann bei 45. Und jetzt dürfte jeder ab 42 Routen erstellen. Leute, die natürlich in der Beta-Version schon Routen erstellen konnten, mit weniger Level, können natürlich weiterhin Routen erstellen. Weil immer wieder Leute sagen, das stimmt nicht, ich bin Level 30 und kann das machen. Dann konnte er es aber schon die ganze Zeit. Die ganze Season über wird es natürlich wieder diverse Showcases geben, gerade zu den Community Days oder auch zu diversen Events. Wenn ein bestimmtes Pokémon sowieso im Event auftaucht, eingeführt wird, wird es dazu auch Showcases geben. Mehr dazu aber bei den einzelnen Events. Highlights der Jahreszeit, eine Spezialforschung, reichlich Abenteuer. Die ist auf jeden Fall besonders, weil ihr nämlich Zeit habt, die während der kompletten Season einfach abzuholen. Also ihr müsst euch in dem Zeitraum vom 5. September bis zum 1. Dezember einloggen, um die zu erhalten und dann könnt ihr die jederzeit fertig machen. Das ist nicht hier an Event geknüpft, schnell, fertig und dann passt das. Das ist nicht befristet, das ist wirklich eine Spezialforschung, die sich über die komplette Season zieht und eben die Paldea-Starter beinhaltet. Ihr also einen Starter dann wohl wählen müsst, den besser kennenlernen und alles. Und ich habe ja schon gesagt, Groke wäre für mich hier mein Favorit. Thomas nimmt wieder die, ja, die Ende, die vor dem Spiegel steht. Schinaja nimmt die Katze und dann ist auch alles wieder super. Befristete Studie, Meisterball. Das finde ich auch cool, denn ich habe meinen Meisterball immer noch, den habe ich noch nicht eingesetzt. Jetzt wird es wohl so sein, dass man einen zweiten Meisterball dazu kriegt. Vielleicht in jeder Season einen Meisterball. Die Leute, die den jetzt für einen Gallervogel benutzt haben und die ich ausgelacht habe, ihr habt ja keinen Meisterball mehr. Die kriegen jetzt wohl dann einen zweiten und können für den nächsten Gallervogel den auch nehmen. So haben sie dann irgendwann alle drei Gallervögel safe gefangen, ohne irgendwelchen Stress und haben immer noch wieder einen Meisterball. Ich würde mir so einen wirklich aufheben, wenn ich jetzt ein legendäres 100er Empfangbild habe, habe den letzten Ball, bevor das flieht, ich wieder 1000 Rates machen muss. Die WP, die 100er-Werte weiß man ja meistens, wenn man sich da ein bisschen informiert hat. Und ja, würde ich eben für einen legendären 100er nehmen. Community Days, haben wir Glumanda jetzt. Am Samstag habe ich schon ein extra Video dazu hochgeladen vorhin. Die restlichen sind noch nicht da, wurden aber wohl schon geleakt mit Mabula, mit Praktibalk, mit einem Classic-Voltilam wahrscheinlich. Bis das nicht offiziell ist, würde ich aber nicht groß jetzt dazu was sagen. Events-Digger sind wohl nicht so interessant. Events haben sie auch hier, den Community Day, Classic, die Go-Kampf-Liga, das Paldea-Abenteuer, der Hyper-Bonus zu Paldea. Das sind also diese zwei Events, wozu es noch extra Artikel gibt, die ich euch extra auch vorstelle, morgen vielleicht oder so, damit ihr genau seht, welche Rates gibt es in den Events, welche Pokémon erscheinen in den Events, was ist wild, was kommt aus Eiern, was macht sonst was, was ist neu als Shiny da, worauf könnt ihr euch freuen. Dann aber, was ich ja eigentlich, wie gesagt, warten wollte, dass diese September-Übersicht kommt. Ich sage euch jetzt nicht die ganze September-Übersicht, alle Raids und alle Sachen im September. Ich sage euch nur erstmal, der Raid-Boss-Wechsel, der am Freitag stattfindet, Xeneas und Evil-Tal gehen weg, Katagami und Kaguron kommen. Katagami erscheint bei uns, Kaguron erscheint nicht bei uns, die bleiben aber nur eine Woche, dann wechseln die beiden, dass Kaguron also zu uns kommt und Katagami nicht mehr bei uns ist. Während dieser zwei Wochen, gefühlt zwei Wochen, ist ein einzelnes Mega-Pokémon da in den Mega-Raids, und zwar Mega-Volt-Henso. Katagami, richtig guter Pflanzenangreifer, bester Pflanzenangreifer sogar, Kaguron sagt, manche kann man in der GWL nutzen, ich habe noch keins von beiden als Hunderter, gibt es aber wohl nicht als Shiny, deswegen würde ich auch nur den täglichen Raid-Pass machen. Was es sonst für Raids im September gibt, entnehmen wir der September-Grafik, wenn die irgendwann dann mal erschienen ist. Dann gibt es außerdem in dieser Season noch die Stadt-Safari, da werde ich auch noch ein extra Video drüber machen, in Seoul, Südkorea, Barcelona, Spanien, in Mexiko statt Mexiko, da sind nämlich auch bestimmte Pokémon neu eingeführt, neu als Shiny, Evoli hier mit diesem Hut. Mehr möchte ich dazu jetzt aber nicht sagen, ich habe das nicht vergessen zu erwähnen, ich habe es nur noch nicht gemacht, weil es eben erst im Oktober und November dann stattfindet. Go-Kampflieger hat wieder ein riesen Update, viele neue Moves und Attacken wurden abgeändert, eingeführt, es gibt neue Belohnungen. Den Artikel zur Go-Kampflieger werde ich euch in der Beschreibung unten verlinken, dass ihr euch das angucken könnt. Rotation in dieser Jahreszeit, Pokémon-Begegnungen nach Forschungsdurchbrüchen, was eigentlich auch in der September-Grafik stehen soll, aber da ja sowieso das nicht mehr Monat für Monat wechselt, sondern alle drei Monate gleich ist, könnt ihr hier auch sehen, Galaporenda, Lavita, Zobiris, Kindwurm, Quaff, Quaff und Viscora. Alle können jetzt Shiny sein, seitdem Viscora jetzt auch als Shiny eingeführt wurde. Jo, was sind Highlights? Ich würde Viscora als Highlight sehen, ich würde Lavita, Kindwurm als Highlight sehen, weil ich die einfach mit am besten finde. Dann, was in den einzelnen Habitaten so, je nachdem, wo ihr spielt, wie das so aussieht, erscheint, da haben auch die Pokémon gewechselt. Da, wo es städtisch ist, in den Städten erscheinen zum Beispiel jetzt Gengar, Schlubbuk, Tarnel, Navitaub, Zurukeks, Mollimor, Badedenne und viele andere. Hier sehe ich Tarnel als Favorit. In den Wäldern treffen wir auf Schanera, Staravia, Schlabog, Libungel, Schnuthelm, Bubungus, Kommandutan. Hier mag ich Kommandutan, weil es auch neu als Shiny eingeführt wurde. In den Gebirgen erwarten uns Onyx, Zobiris, Stolos, Flambion, Golbit, Datignis, Togidema, Ru. Hier würde ich auf Golbit setzen, da der auch neu eingeführt wurde als Shiny und den wahrscheinlich nur die wenigen haben. Strände und Gewässer mit Lammus, Muschas, Pelippa, Laukaps, Viscora, Aragua, Sankabu. Sankabu interessiert mich. Habe ich keinen Hunder da. Ich habe noch nicht mal den Pokédex-Eintrag von der Weiterentwicklung, weil ich damit noch warten wollte. Und dann generell wird zwischen Nordhalbkugel und Südhalbkugel unterschieden. Nordhalbkugel, Endivie, Feu-Riegel, Kanimani, Lavida, Sesokids, Balgoras, Amarino. Und auf der Südhalbkugel Serbifoi, Fleung, Otaro, Galapaflos, Flapdarix, Sesokids in der Frühlingsform und Capuno. Das sind alles Sachen, die die ganzen drei Monate so immer in der Wildnis erscheinen, wenn jetzt kein entsprechendes Event ist. Wenn ein Event ist, ändern sich natürlich die Spawns zu Eventspawn. So nach den Events ist das das, was eigentlich so die ganze Zeit erscheinen würde. Eier, was schlüpft aus den Eiern in den drei Monaten? Außerhalb von Events. Wir haben in den zwei Kilometer Eiern Lampi, Mediti, Ignivor, Imantis, Ferculi, was neu dabei ist. Hier auch als Shiny aufgeführt, aber Ignivor ist immer noch ein Highlight. Fünf Kilometer Eier mit Schlurp, Squawkler, Ignivor, Sprikadito, Fuekoko, Quaxli, okay, da ist auf jeden Fall auch Ignivor drin. Sieben Kilometer Eier mit Hisui, Fucano, Voldopal, Baldorfisch und Sneebel. Warum tun die jetzt plötzlich alles auf Englisch schreiben? Ich weiß es nicht. Also immer noch in den sieben Kilometer Eiern ich brauche ein Hisui Fucano, aber tu den mal wild irgendwo rein. Zehn Kilometer Eier hier mit Ignivor, Rokara, Viscora, Miniras und Frigibugs, was dann auch neu da ist, aber schon wieder Ignivor. Dann habt ihr noch die Abenteuer Sinkbelohnungseier, Cognodon, Schildarus, Vonera, Mamfaxo, Mammolita, Mamfaxo, cool als Shiny und in den Zehn Kilometer Eiern Kaumalad, Viscora, Wuffels, Miniras. Wo sind die Zwölf Kilometer Eier? Haben die die vergessen? Die sind doch wichtig. Ich brauche doch eigentlich die Zwölf Kilometer Eier, weil dadurch konnte ich erst sehen in der letzten Season, dass Pam Pam als Shiny eingeführt wurde und ich gezielt versucht habe, immer auf Zwölf Kilometer Eier zu gehen, bis ich Shiny Pam Pam hatte. Hier sind einfach keine Zwölf Kilometer Eier geführt. Jetzt aber der Boni in der Jahreszeit, der drei Monate lang gildet. Wir hatten schon mal zwei Gratis-Rate-Passe pro Tag, wir hatten schon mal zwei Spezial-Trades pro Tag und jetzt haben wir 40 Geschenke pro Tag öffnen. Normal öffnet man 20, seit der Corona-Phase haben sie gemacht, dass man 30 öffnen kann. Jetzt die drei Monate lang könnt ihr 40 Geschenke öffnen, was natürlich auch mehr Interaktion bedeutet. Bedeutet es aber wirklich mehr Interaktion, denn der zweite Bonus steht da, bis zu 40 Geschenke pro Tag verschicken. Das muss ein Fehler sein, wir können momentan 100 verschicken, dann steht bis zu 40. Heißt das jetzt vielleicht, da fehlt eine Null, du kannst dann bis zu 400 Geschenke pro Tag verschicken, weil wenn man 400 Freunde haben kann, man kann dann 400 verschicken, könnte jeder Freund eins haben, das wäre krass, aber von 100 auf 400 finde ich, ist viel zu krass, das wird es bestimmt nicht sein. Was logisch wäre, dass es heißen soll, dass man bis zu 40 Geschenke im Beutel haben darf, denn wenn man rumrennt und dreht Stop, sammeln die sich ja im Inventar und nach 20 war immer Schluss. Ich glaube man konnte dann sogar 30, nee ich glaube trotzdem 20, erst 10 dann 20 oder so, vielleicht ist es jetzt in dieser Jahreszeit, dass du 40 Geschenke im Beutel aufbewahren kannst, dass du in Ruhe drehen kannst und kannst sie später verschicken, dass du also 40 tragen kannst und dann verschicken und erst wenn du von den 40 was verschickt hast, kannst du wieder Neues aufnehmen. Wäre jetzt nicht so wichtig, dass mit 40 öffnen wäre krasser. Erhöhter Schaden bei Raidkämpfen mit Freunden und mehr EP für Freundschaftsaufstiege. Da wird es sicherlich wieder Mord und Totschlag geben, wenn man wieder außerplanmäßig irgendwas triggert und der andere dann wieder ausrastet. Ja, der andere bin dann ich. Das war die Übersicht über die Season. Ihr seht, da ist einiges los. Die Boni, okay, 40 Geschenke, dann dauert es abends noch länger, bevor ich ins Bett komme. Die Eier sind an sich interessant, mir fehlen aber die 12 Kilometer Eier, ich weiß nicht, wo die die hinhaben. Ich freue mich auf Sankabu als Habitat Spawn. Feldforschungsdurchbruch, haut mich jetzt nicht vom Hocker GBL, werde ich vielleicht dieses Mal dann wieder zocken. Stadt Safari kommen, werden die wenigsten von euch aber mitmachen. Cargoron, Katagamikom wechseln dann auch und die restlichen Raids seht ihr halt später. Diverse Events, okay, werden wir auch noch Video machen, Community Day, haben wir abgehakt, einen zweiten Meisterball, wo ich immer noch nicht weiß, was ich mitmachen soll, da ich einfach keinen Hunderter im Fangbildschirm habe. Diese Forschung, die sich lange zieht, die ist bestimmt interessant, da freue ich mich drauf und ansonsten Showcases, feiere ich, Ruten, vergesse ich jeden Tag, Krypto, Zapdos, möchte ich bitte eins mitnehmen und das ist die komplette Season erstmal so angekündigt. Den kompletten September müssen wir aber extra machen in dem Video. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, Peace out for out, euer Ramses. Gemini, alles zusammen. Bis zum nächsten Mal. cuz Untertitelung des ZDF, 2020